Nächstes Motiv, schönes Lagen, sattes A. Und letztes ECB. Einfach mal an den Mundwinkel und schaut, ob da was hart wird. Und? Da wo die Lippen zusammen gehen, genau an diesem Punkt. Nicht da draußen, da spielt ihr nichts mehr ab. Und habt ihr die Muskeln? Merkt ihr, dass ihr was spannt? Glück gehabt, Gott sei Dank habt ihr die. So, das ist die Muskulatur, die ihr ständig einspannen müsst, bevor ihr eigentlich an Ton spielt. Jetzt probieren wir das einfach mal. Spannung, eins, zwei, drei und Luftdruckgasen und einfach an Ton. Jede für sich mal. Jede für sich. Sehr gut. Auch gut. Jawohl, super. So, der Ansatz schaut sehr gut aus. Einwandfrei. Obachtchen. Schauen, dass die Lippe nicht wieder reinziehen. Merkt ihr das? Das ist so tief, so grummig. Das ist das, was wir brauchen. Ja, sehr gut. Und dann rein, kommt schon wieder, eben ein, auch ganz auf. Ha, 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 ha. 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 Und das wäre schon besser. Super. E, C, B. So. Und das Ziel soll es sein. Das Wichtigste ist der erste Ton. Der nordet euch euren Ansatz ein. Der sorgt auch für den guten Klang. Wenn das wunderbar funktioniert, braucht es im Idealfall nur zweimal, einmal die Klappe drücken und einmal wieder loslassen und nach oben ein bisschen Luft anschieben. Und ihr spielt es im Endeffekt ständig jetzt, selbst wenn wir die ganze Oktave spielen, vorstellungsmäßig ein tiefes Bild. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.